Alles fürs Auto. News, Tipps und Trends. Mitsubishi hat den Vorhang für den neuen ASX gelüftet. In die Verkaufsräume der deutschen Mitsubishi-Partner kommt der neue ASX zwar 1. März 2023, aber mit dem Marktstart des kompakten SUVs gibt der japanische Automobilhersteller einen konkreten Ausblick auf die kommenden Jahre der traditionsreichen Marke in Europa. Die Neuauflage des Bestsellers ASX bereichert das Produktportfolio von Mitsubishi um ein SUV im wichtigen B-Segment und treibt zugleich die Elektrifizierung der Antriebspalette weiter voran. Mitsubishi bietet das sportliche Crossover-Modell als Plug-in-Hybrid, Vollhybrid und Mildhybrid an. In der Einstiegsvariante ist es auch mit einem ebenso dynamischen wie effizienten Turbo-3-Zylinder-Benziner erhältlich. Keine Frage, der neue ASX tritt in große Fußstapfen. Vom Vorgängermodell hat das Unternehmen immerhin fast 400.000 Einheiten in Europa verkauft, etwa 100.000 davon waren es in Deutschland. Daran knüpft die neue Modellgeneration mit dem typischen Mitsubishi-Marken-Gesicht-Dynamic-Shild, hochmodernen effizienten Antrieben und einer umfangreichen Technik und Komfortausstattung an. Ob digitale Instrumente, moderne Konnektivität, teilautonomes Fahren mittels neuartigem Mitsubishi Intelligent Pilot System oder individualisierbare Fahrmodi – in allen Bereichen markiert der neue ASX einen großen Schritt nach vorn. Zu den Erfolgsgeschichten von Mitsubishi gehören auch die langjährige Tradition und Expertise im Bereich der Plug-in-Hybrid-Antriebe und eine 50-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Natürlich verfügt auch der neue ASX in der Spitzenmotorisierung über einen leistungsfähigen Plug-in-Hybrid-Antrieb, der im Alltag mit hohen elektrischen Fahranteilen exzellenter Fahrbarkeit und niedrigem Verbrauch punktet. Wie bei allen Mitsubishi-Modellen gilt auch für den ASX eine 5-Jahres-Garantie bis 100.000 km ab Werk. Modelle mit Plug-in-Hybrid- sowie Voll-Hybrid-Antrieb erhalten zudem 8 Jahre lang eine Garantie auf die Fahrbatterie, in dem Fall bis 160.000 km. Und mit der bis zu 20-jährigen Mobilitätsgarantie, die schnelle und unkomplizierte Hilfe im Pannen- und Schadensfall verspricht, ist der Fahrer jederzeit abgesichert. Es lohnt sich also durchaus, den Kauf eines ASX in Erwägung zu ziehen. Aber warten Sie nicht zu lange damit. Der März kommt schneller, als man denkt. Das war der Autotipp. Informationen rund ums Auto.